Natürlich nicht. Es gibt keine Lockenradgeber. So, Rehnrader haben Sie. Erkenntungsgefahrkarte? Logik. Gewitterwahrscheinlichkeitsanzeige? Selbstverständlich. Hör, warte doch mal. Better. Better. Ganz genau. Wer jetzt noch daneben steht, ist selber schon. Täglich Check-Up, kostenlos, online-mobil und als App. Better.de? Äh, der ist ja... Groß. Groß, aber auch nicht. Ja, aber hat ja nichts mit Größe zu tun? Verstehe. Nichts. Nichts. Klar, könntet ihr euch ja die Sätze einsetzen, aber warum solltet ihr? Denn es ist ein Rite-Technik und da ist es. Okay. Smart-Card holen und in den Receiver oder Fernseher schicken. Schattenlein, braucht man die eigentlich? Ja. Ja. Der Direktor hat die Zeichnen mit dem...